Zuckersenken, Kilos verliehen, Exadipin, das bewährt erfolgreiche Konzept zur Gewichtsreduktion von Dr. Auer. Tausende haben es schon geschafft, jetzt schaffst es auch du. Hallo, ich bin Katja Fernandes, Big Stay Love, Fogish TV. Hallo und willkommen bei Fogish TV. Ich bin Nadia und Roschik und heute sind wir in Mailand bei Moschino. Die Modenschau von Moschino ist jedes Mal ein Feuerwerk für die Augen. Der Designer Jeremy Scott wollte die Energie der Straßen aufgreifen. Mit viel Blink-Blink und der Hip-Hop-Kultur der frühen 90er Jahre. Typisch Moschino sind die Baseball-Shirts, bauchfreie Looks, Teddy-Beer-Muster, und Sweatshirts mit den Comic-Motiven. Für Herbst und Winter dürfen die warmen, neonfarbigen, wattierten Mäntel und Jacken nicht fehlen. Die Kollektion reicht von schrill und sexy bis hin zu Graffiti-Kleidern. Hier wird absolut jeder fündig. Nicht wegzudenken sind die Moschino-Assaisons wie Goldketten, Caps, Sonnenbrillen, Sneakers und vieles mehr. Einfach eine crazy, hippe Show. Zucker senken, Kilos verlieren. Du hast ein paar Kilos zu viel und fühlst dich nicht mehr wohl in deinem Körper? Woge-Stefa und Dr. Auer natürliche Heilmittel verlosen einen Jahresvorrat Exadipin. Exadipin entwickelt von Dr. Auer, wissenschaftlich anerkannt, sowie praktisch erprobt, ohne Nebeneffekte. Besuch unsere Woge-Facebook-Seite und beantworte die von uns gestellte Frage richtig. Viel Glück! Woge-Facebook-Seite und beantworte die von Dr. Auer und 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 Dr. Auer. Vielen Dank!